Hi und herzlich willkommen hier zum Money, Business and the Universe Podcast, dem Podcast für ambitionierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt ihr nächstes Business Level erreichen wollen und das über persönliche Weiterentwicklung, gelebter Spiritualität und dem Umsetzen von smarten Business Moves. Mein Name ist Dr. Mareike Bruns. Ich bin Host dieser Show und deine Money Mindset und Business Coach für deine persönliche Weiterentwicklung und dein Unternehmenswachstum. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder in diese Folge eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hi und herzlich willkommen hier zum Money, Business and the Universe Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ihr Lieben, die Podcast-Folgen im Oktober sind sehr geprägt von meiner Los Angeles-Reise und so ist die Folge auch heute eine Geschichte, die ich in Los Angeles erlebt habe und die so cool ist, so schön und vor allen Dingen mit so vielen Learnings gespickt ist, dass ich sie euch einfach hier im Oktober, ja noch im Oktober genau, musste jetzt gerade überlegen, aber nein, die Folge kommt noch im Oktober raus, dass ich sie euch heute hier im Oktober erzählen möchte und vor allen Dingen mit euch teilen, das Gefühl habe, dass ich sie mit euch teilen muss, weil einfach so viel Learning da drin steckt und das eine coole Geschichte ist. Ihr Lieben, als ich 2020 mein erstes Business Coaching gemacht habe, habe ich ja gesehen, welche Wirkung das hatte und wie cool das ist und dann habe ich gleich darauf noch ein zweites Business Coaching gebucht und in diesem Business Coaching, in diesem zweiten, das war bei einer Selfmade Multimillionärin, die ultra krass damals mit ihrem Business durchgestartet ist. In diesem Business Coaching habe ich ein ganz zentrales Learning mitgenommen und zwar sagte die Coach damals, achtet auch immer auf den kleinen Kram, den ihr euch im Alltag manifestiert. Also im Universum gibt es ja kein klein oder groß, das ist ja immer nur unsere eigene Bewertung, aber achtet auf den kleinen Kram, den ihr euch im Alltag manifestiert. Denn in dem Moment, wo ihr das bewusst wahrnehmt und Dankbarkeit darauf gebt, in dem Moment stärkt ihr euren Glauben. Und mit einem starken Glauben und einem starken Fundament lassen sich die größeren Dinge noch so viel leichter manifestieren, weil ihr einen unerschütterlichen Glauben daran habt, dass das funktioniert mit dem Universumsgame. Und das war ein Learning, das mich bis heute trägt, ihr Lieben, und das mich auch bis heute die kleinsten Geschichten wahrnehmen lässt und sie mit großer Dankbarkeit und großen funkelnden Augen wahrnehmen lässt, weil ich mir immer wieder sage, und es funktioniert und es funktioniert und es funktioniert und es funktioniert. Und den Glauben, den ich habe an die universellen Kräfte, der mich ja schon seit Kindesbeinen anträgt, dieser Glaube wird dadurch nur noch mehr gestärkt und das Fundament wird immer größer und größer und größer für den Glauben an die universellen Kräfte. Und so eine kleine Geschichte habe ich, in Anführungszeichen klein, habe ich in Los Angeles erlebt. Und ich habe so einen massiven Klick-Effekt dadurch gehabt, dass ich sie euch einfach erzählen muss. Die Podcast-Folge heute ist so aufgebaut, dass ich euch das, was ich erlebt habe, jetzt hier im Podcast erzählen werde. Und dann werde ich euch fünf Learnings anhand dieser Geschichte mitgeben, die euch die universellen Kräfte nochmal mitgeben und euch den gleichen Effekt und diese gleiche Glaubensstärkung mitgeben, die ich da erlebt habe, denn ich möchte das genauso für euch auch und dass ihr das genauso erlebt. Und ich freue mich sehr, diese Geschichte jetzt mit euch teilen zu dürfen. Eine kleine, schöne und mit so vielen Learnings gepaarte Geschichte. Bevor ich loslege, gibt es noch eine Info für alle meine Adventskalender-Fans, ihr Lieben. Es ist ja schon bald soweit und wir haben noch diese und die nächste Podcast-Folge. Die nächste ist dann der 31. Oktober. Und dann folgt ja auch schon der erste Elfte, ihr Lieben. Und am 1. Elften um 11.11 Uhr jedes Jahr launcht mein Signature-Programm Nummer 1 der Money Mindset Adventskalender. Und ich verrate euch, was das Geheimprojekt ist. Ich verrate euch, was der Adventskalender, was das Thema dieses Jahr ist. Und ihr bekommt alle Infos und alles rund um den Adventskalender und zu. Und ihr könnt natürlich sofort anfangen, im Bonusprogramm euch durchzuklicken, euch die Bonus-Materialien anzugucken. Denn auch dieses Jahr gibt es natürlich schon ab November viel zu entdecken im Money Mindset Adventskalender. Und ihr könnt euch ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen angucken, bevor es dann am 1.12. richtig losgeht. 1.11.11 Uhr. Und wer früh bucht, hat die meisten, die meisten, meisten, meisten Vorteile. Also, es gibt 14 Tage eine Early-Bird-Phase. Und wer in diesen 14 Tagen gleich in den ersten 72 Stunden bucht, also am 1.11., am 2.11., am 3.11. und dann 4.11., 11.11 Uhr. Also genau 72 Stunden. Wer in der Zeit bucht, hat die aller, 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 aller meisten Vorteile. Und wer in den ersten 14 Tagen bucht, hat die meisten Vorteile. Und dann macht der Podcast erstmal wieder zu. Dann macht er zum Ende wieder nochmal auf. Ich kündige das aber auch alles an, ihr Lieben. Und dann kostet er natürlich entsprechend mehr. Das heißt, wer am allerersten Tag bucht und sowieso weiß, dass er sie das machen möchte, ist am allerbesten bedient. Das einfach nochmal dazu. Je früher ihr bucht, desto besser. Und die meisten Vorteile haben die Leute, die in den ersten 72 Stunden buchen. Also schon mal eintragen. 1.11. der 11.11. Mareike launcht Adventskalender. Auf jedem Kanal, den ihr euch vorstellen könnt, wird das zu sehen sein. Und dann seht ihr auch schon sofort den Link, wo ihr das buchen und einsehen könnt. Starten wir mit der kleinen Geschichte aus Los Angeles. Eine kleine Geschichte über den großen Glauben, so können wir sie nennen. Ihr Lieben, letzte Woche hatten wir das Soul-Coaching. War für mich auch ein Soul-Coaching, aber es war ein Steel-Coaching. Aber es war auch gut für die Seele. Hatten wir die Folge über das Steel-Coaching bei Katie und Shelly und wie cool das auch war und was das mit mir gemacht hat etc. und so weiter. Und als ich das in Los Angeles erlebt habe, dieses Coaching, habe ich dann ja alle Klamotten, die ich dann, zu denen ich ja gesagt habe, dann mitgenommen. Und das hatten die ja alles vorgeschoppt und so weiter. Und ja, dann habe ich halt alles erst mal fröhlich in meinen Koffer, den ich mir dafür extra in Los Angeles noch gekauft hatte, reingepackt. Und als ich dann im Hotel wieder ankam, habe ich noch mal alles gesichtet, ihr Lieben. Und dann gab es so ein paar Sachen, wo ich dachte, also ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, das ziehe ich, also nee, das ist es irgendwie doch nicht. Da habe ich mich jetzt irgendwie, wisst ihr, ihr wart, ich war vier Stunden an dem Tag shoppen, ich war aufgeregt und so weiter. Und dann habe ich irgendwie noch mal gedacht, nee, also es waren so ein ganz paar Teile, wo ich dachte, nee, das ist es irgendwie doch nicht. Und dann schrieb ich der Katie eine Nachricht und habe gesagt, du Katie, pass auf, so und so sieht es aus. Ich habe noch so zwei, drei Teile, wo ich, ja, da bin ich irgendwie doch nicht so ganz mit irgendwie. Das war was Olivgrünes, das ist nicht so meine Farbe. Also ich will mich da jetzt gar nicht dran verlieren. Und sie schrieb mir dann zurück, ja du, das ist ja überhaupt kein Thema. Bring uns das doch einfach, es war Samstag, bring uns das doch einfach eben am Montagmorgen vorbei, stellst vor die Haustür, das ist überhaupt kein Thema, das schicken wir dann noch zurück, das ist ja alles easy. Und dann dachte ich, ach, das ist ja super. Und dann dachte ich mir, aber dann brauche ich ja Montagmorgen eine Tüte, damit ich das vor die Haustür stellen kann und das transportieren kann. Weil das jetzt zwei, drei Teile mit dem Koffer transportieren, dann kann ich es immer noch nicht vor die Haustür abstellen und irgendwie, das funktionierte nicht. Es waren aber auch nicht so kleine Teile, dass man es jetzt hätte irgendwo reintun können. Also ich brauchte irgendwie eine größere Tüte. Und dann dachte ich, ja, wie mache ich denn das jetzt? Weil ich habe ja keine mitgehabt oder so. Und habe dann diesen Papiertütenwunsch einfach mal losgelassen und dachte, irgendwas wird mir Montagmorgen schon einfallen, um das in eine Tüte zu packen, um dann das denen vor die Haustür zu stellen, hier in Los Angeles. Manifestationswunsch also, eine große Tüte und vor allen Dingen der Wunsch dahinter, die Dinge doch wieder zurückzubringen, die nicht so ganz zu mir gepasst haben. Also das war ja der übergeordnete Wunsch darüber. Ich möchte gerne wohlbehalten Dinge, die ich dann, die ich doch nicht haben möchte oder die einfach nicht zu mir passen, die möchte ich wieder wegbringen. Okay. Muss ja auch eine halbwegs robuste Tüte irgendwie sein. Also, naja, ich hatte keine Tüte und dachte mir, aber irgendwie, das Universum wird schon liefern, werde ich bis Montagmorgen irgendwie eine Tüte haben. Gesagt, vergessen. Das war Samstagabend und dann kommt ja bekanntlicherweise ein Sonntag. Und am Sonntag hatte ich mir vorgenommen, nach Santa Monica an den Strand zu gehen, um mir dort eben den Strand anzusehen. Und ich bin ja eine absolute Zu-Fuß-Tante und liebe es ja, spazieren zu gehen. Also, das gibt es für mich, es gibt für mich ja nichts Schöneres. Und dann habe ich gedacht, wie lange dauert das jetzt hier von Hollywood bis nach Santa Monica? Und das waren ungefähr viereinhalb Stunden Fußmarsch. Und da habe ich gedacht, also konditionstechnisch ist das jetzt kein Problem, aber da ist ja irgendwie dann der halbe Vormittag schon weg. Also, das muss ich irgendwie anders machen. Und dann hatte ich mir das so überlegt, dass ich von Hollywood nach Beverly Hills laufe, das sind zwei Stunden, und von dort aus dann irgendwie auf vier Rädern dann dahin komme. Da dachte ich mir, jetzt überlege ich mir dann, was ich mache, ob ich einen Bus nehme oder einen Uber oder was auch immer und fahre dann nach Santa Monica. Warum erzähle ich das so detailliert? Weil das ein elementarer Bestandteil dieser Geschichte ist. Und zwar bin ich dann auf dem Sunset Boulevard nach Beverly Hills gelaufen. Und der Sunset Boulevard ist ja ganz bekannt, den hat man ja schon überall mal irgendwie mal gesehen im Fernsehen oder was. Und ich habe mich irgendwie so wohl gefühlt und fand das irgendwie so ein geiles Gefühl, ich laufe jetzt auf dem Sunset Boulevard in cooler Sonne, in coolen Klamotten Richtung Beverly Hills, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich habe Joshua Caddison gehört, Picture Postcards from LA. Das Lied kennt ihr bestimmt alle. Ich empfehle es euch. Das war früher in der Schule, war es mein absolutes Lieblingslied. Und habe irgendwie, also Joshua Caddison rauf und runter gehört. Und ich war so gechillt und hatte einen Kaffee in der Hand und so relaxed. Und es war irgendwie so cool und so entspannt. Und bin dann nach Beverly Hills gestiefelt und ich hatte einfach best time of my life. So, also dann zwei Jahre, also ich Musik gehört entspannt, gechillt. Zweieinhalb Stunden später bin ich dann in Beverly Hills, bin da noch ein bisschen rumgetigert und dann hatte ich irgendwann mal Hunger. Ich bin dann in Beverly Hills in ein Restaurant gegangen und das war die Cheesecake Factory. Kann ich nur mal empfehlen. Also den Cheesecake sollte man unbedingt mal essen. Der war wirklich sehr lecker. Man sollte aber vorher auch unbedingt Sport gemacht haben, weil die Amerikaner haben die gute Eigenschaft, immer die Kalorien neben ihren eigenen, neben den Gerichten zu schreiben. Und wenn man das sieht, dann sollte man vorher vielleicht noch mal ein bisschen auf den Stand-Up gegangen sein. Spaß, ihr Lieben. Gönnt's euch. Aber das dachte ich so, als ich den gesehen habe, wo ich dachte, ah, ist mir egal. Naja, aber ich war da nicht zum Cheesecake essen. Ich war da zwei, dreimal, weil mir das da gut drin gefallen hat. Die hatten nämlich auch so coole Sandwiches. Und dann habe ich mir in diesem Restaurant ein Sandwich bestellt. Und ja, saß dann da und habe das dann bestellt und hatte von diesem Sandwich so eine bestimmte, ja, so eine bestimmte Vorstellung, was das nun für ein Sandwich sein sollte. Und die Küche hatte auch eine Vorstellung, wie ein Chicken Sandwich aussieht. Und meine Vorstellung und die der Küche haben nicht ganz so miteinander gematcht, ihr Lieben. Und dann kriegte ich ein Chicken Sandwich, was augenscheinlich und objektiv super war, mit Pommes dazu und Zeug. Aber ich mochte das nicht. Also das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das war einfach nicht mein Geschmack. Und ich bin so ein ganz sehr geschmacksempfindlicher Typ. Und wenn mir was nicht schmeckt, ihr Lieben, das kann ich mir dann nicht geben. Und dann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt mit diesem Sandwich? Und das kann ich jetzt nicht zurückgeben lassen. Das konnte ich mit mir, also Essen wegschmeißen. Das finde ich ja ganz furchtbar, ihr Lieben. Und dann habe ich, also dachte ich, das kann ich jetzt nicht zurückgeben lassen. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, ich esse jetzt einfach die Pommes drumrum. Irgendwie so ein halbes Sandwich. Das wird schon passen. Also es waren so drei kleine, irgendwie egal. Das wird schon passen. Und den Rest lasse ich mir einpacken und den gebe ich einfach irgendeinen Obdachlosen mit. Der Nächste, der mich anguckt, da waren ja so in L.A., ihr Lieben, da sind so viele Obdachlose. Es ist unfassbar. Und da dachte ich, der Nächste, der mich anguckt und irgendwie mich anlächelt, der kriegt jetzt dieses Chicken Sandwich in die Hand gedrückt. Die werden sich mit Sicherheit bestimmt irgendwie freuen. Ich meine, das waren frische, das war ja nichts mit so. Gut, gesagt, getan. Die Küche bestellt, die haben mir das eingepackt, Tüte mitgegeben und tschüss. Ich dann von Beverly Hills mit meinem First World Problem in meiner linken Hand, habe ich mich in den Bus gehockt und bin dann von Beverly Hills nach Santa Monica gedüst. Und dann bin ich da angekommen, ihr habt das bei mir auf Insta vielleicht gesehen, habe da den Nebel gesehen vom Meer, konnte man gar nicht so viel sehen, ihr Lieben, das war echt witzig. Naja, und dann bin ich halt so da und gehe da so spazieren und habe immer noch mein Chicken Sandwich in der Hand. Und dann ist da ja auch so, wer da schon mal war, da ist ja so eine kleine Art Freizeitpark, da bin ich dann auch mal kurz hin, obwohl man wirklich mit dem Nebel nichts sehen konnte. Wurscht, ich bin da langgelaufen etc. etc. Und irgendwann sehe ich einen Obdachlosen und der steht da bei diesem Freizeitpark mit einem Schild auf der Hand, er wäre dankbar für Geld oder für Essen. Und er guckt mich an und ich gucke ihn an und ich hatte sofort zu dem eine Verbindung und dann habe ich ihn gefragt, ob er ein frisches Chicken Sandwich haben möchte von der Cheesecake Factory, ich würde es ihm gerade schenken. Und dann drücke ich ihm die Tüte in die Hand und dann sagt er zu mir, that's very kind of you, God bless you. Und ihr Lieben, in Santa Monica waren bestimmt 5.30.000 Millionen People. Und vielleicht sagt dieser Mann, das zu 5.000 Millionen dräuft sich People am Tag, ich weiß es nicht. Aber ich habe dem in die Augen geguckt, ich habe dem dieses Chicken Sandwich in die Hand gedrückt und ich bin fast angefangen zu weinen, als der mir gesagt hat, that's very kind of you, ma'am, God bless you. Das ging mir, das ging mir durch Mark und Bein. Und ich war durch dieses Geben mit so einer Dankbarkeit an diesem Tag erfüllt, dass ich, also ich konnte es gar nicht in Worte fassen und ihr Lieben, das ist so eine kleine Situation, aber ich hoffe, ihr kriegt die Story. Ich drücke dem das in die Hand und ich war einfach nur dankbar und beseelt und ich habe fast Tränen, wirklich fast Tränen in den Augen gehabt, nur weil der sagte, that's very kind of you, ma'am, God bless you. Und so war ich also maximal gechillt und maximal dankbar und gesegnet an diesem Tag. So. Ich laufe weiter durch Santa Monica, irgendwann wird es mir in Santa Monica zu doof und, äh, weil das war ja dann auch irgendwie, ne, das war ja irgendwie dann nur die Nebelsuppe da und das war auch Sonntag, da war irgendwie so wahnsinnig viel los und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, Brunzi, wie hauen wir wieder ab, ich habe keinen Bock mehr. Ich hatte auch 30.000 Schritte dann irgendwann auf dem Tacho und dachte mir so, nee, ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause. So. Und dann bin ich wieder umgedreht, bin dann noch kurz in die Innenstadt, nachdem ich auch ja irgendwie nur so ein Viertel Chicken Sandwich hatte, habe ich dann irgendwann mal gemerkt, oh, ich habe irgendwie noch Hunger. Und ich vergesse dann manchmal bei solchen Wandertagen auch, dann weißt du, bist du beschäftigt, dann siehst du tausend Sachen, dann bist du mit Insta und dies, das Ananas und dann vergesse ich irgendwie zu essen und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt, äh, jetzt esse ich nochmal irgendwie schnell was, bevor ich dann zurück ins Hotel fahre und da habe ich mir dann Uber genommen, da hatte ich gar keinen Bock auf Bus und Dingsbums, ich wollte nur noch nach Hause. So. Und dann drehe ich mich um, ich denke, was esse ich denn schnell, drehe mich um und sehe eine Crepe und Waffelbäckerei Dingsbums Shop, keine Ahnung. Und ich denke, das ist perfekt, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf, das esse ich jetzt einfach, ist mir wurscht, ob das jetzt gerade mal healthy ist oder nicht, das will ich jetzt. So. Gehe in diesen Laden rein und in meiner Vorstellung war das jetzt so, ähm, dass ich jetzt auf einer Serviette irgendwie eine, eine, eine Waffel auf die Hand kriege und dann marschiere ich los, bestelle mir das Uber und Jude is. Ja, da habe ich aber natürlich nicht beachtet, dass ich in Amerika bin und dass ich natürlich nicht nur eine Waffel, sondern die Mega-Ober-Crazy-Waffel bekomme und die haben sogar meinen Namen aufgenommen, ihr Lieben, als ich sagte, ja, was wollen sie denn? Ich sage, ich hätte gerne nur eine Waffel mit Puderzucker, bitte. Ja, und dann, äh, wie heißt denn du? Und dann Dings, du musst noch einen Moment warten und dann kriegte ich einen Pizza, also fast ein Pizzakarton, so die Hälfte des Pizzaskartons und die doppelte Größe eines Pizzakartons mit und da drinne die Waffel, ihr Lieben, und, ähm, ja, und dann packten die die mir in eine riesengroße weiße Papiertüte. Ich erst mal gar nichts gecheckt, ich dachte nur, wer um alles in der Welt packt so eine Waffel in so einen Karton, in so eine Riesenpüte, das macht überhaupt keinen Sinn, aber dachte ich mir, egal, auf die Hand essen, ist jetzt eh nicht angesagt, ich mir das Uber genommen, dachte, gut, dann esse ich es im Hotel, ich werde schon nicht verhungern, da wird schon passen. So, und wenn du jetzt bis hierhin zugehört hast, denkst du dir, toll, jetzt habe ich zwölf Minuten der Mareike zugehört, wie sie ein Sandwich verschenkt hat und wie sie jetzt eine weiße Papiertüte bekommen hat und jetzt wird sie sagen, oh, und da war die Papiertüte, toll, und deswegen habe ich jetzt heute hier in diesem Podcast eingeschaltet oder was, aber ihr Lieben, ich lade euch jetzt ein bisschen dran zu bleiben, weil da kommt jetzt noch was dazu, pass auf. Ich sitze im Uber, ich fahre von Santa Monica wieder zurück nach Hollywood und in dem Moment kommt ein übelst krasser Klickmoment mit dieser weißen Papiertüte, denn diese weiße Papiertüte war es, die dann auch meine Tüte war, um die Klamotten von A nach B zu bringen, dann am Montag dann zu Shelly zu bringen und dann eben auch der Wunsch, dass die Dinge, die nicht mehr zu mir passen oder die nicht zu mir gepasst haben, auch wegzubringen und nur das zu behalten, was wirklich zu 100% passte. Und in dem Moment hat was ganz arg in mir Klick gemacht. Und zwar der Punkt, du musst nichts dafür tun. Ihr Lieben, ich bin ja nicht durch irgendeinen Laden gegangen und habe jetzt nach einer Tüte gesucht. Ich habe auch nicht irgendwas gekauft, um eine Tüte zu suchen, sondern die kam einfach. Und in dem Moment hat das so einen krassen Klick-Effekt gehabt, dass ich mir, ich glaube, dann zwei, drei Tage später oder so direkt fast fünfstellig manifestiert habe. Ich glaube, das waren jetzt so sieben oder neuntausend Euro, sind jetzt auch gerade noch wieder zwei Angebote offen. Ihr Lieben, danach ist wieder so krass bei mir Geld geflossen, dass ich dachte, dass dieser Glaube, dass es, das ist so unfassbar, dass es sich in dieser kleinen Geschichte wieder zeigt und der Glaube gestärkt wird. Und ich habe so viel daraus, ich hatte so, also es war, ihr Lieben, ihr könnt mich jetzt wirklich für bekloppt halten und vielleicht mögt ihr auch sagen, Mareike, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Geschichte ist mit so einer Papiertüte, die jetzt echt, ja, eine Podcast-Folge wert ist. Und für mich ist es sie aber, denn ich, dieser Moment in dem Uber, ich sitze da drin und gucke nach links auf diese Papiertüte und denke mir, fuck, man, es ist, es ist echt so leicht. Es ist echt so leicht und du hast es schon so oft erlebt, aber es ist, es ist noch leichter als leicht, weil du gar nichts dafür tun musst. Du musst nur genau wissen, was du willst und du wusstest ganz genau, dass du diese Klamotten, also die zwei, drei Teile zurückbringen willst und der Rest, it comes from itself. Du hast nichts dafür gemacht. Und dann ratterte bei mir es im Kopf und was da gerattert hat, habe ich jetzt in fünf Learnings geteilt, äh, aufgeteilt und die möchte ich euch jetzt hier anhand dieser Geschichte mitgeben und auch warum diese Sandwich-Geschichte dazwischen auch nicht ganz unerheblich war. Learning Nummer eins. Wenn wir Dinge manifestieren und die wirklich wollen und ein emotional, äh, ein emotional, ja, also attachment ist ein blödes Wort dafür, eine emotionale Verknüpfung, so will ich es sagen, eine Connection dazu haben, dann müssen wir nicht großartig dafür tun, die Dinge kommen automatisch in unser Leben. Ich wusste, diese paar Teile, die, die das, wirklich nicht viele lieben, aber die, ich wollte die, das war irgendwie, nee, die habe ich jetzt irgendwie mitgenommen, weil da war ich gerade irgendwie durch, keine Ahnung, ich wollte die nicht, ich brauchte diese Tüte unbedingt, weil sonst hätte ich die nicht zurückbringen können, weil ich kann ja nicht lose Klamotten irgendjemandem vorm Haus, vorm Haus stellen. Und ich wusste, dass ich das wollte und in dem Moment dachte ich, ich habe es, ich habe es nicht erzwungen. Ich, ich habe es nicht erzwungen, sondern ich habe es, ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich wollte nach Santa Monica, ich wollte nach, ähm, ich wollte nach Beverly Hills, ich wollte spazieren gehen, ich wollte Musik hören, ich wollte, ich habe einfach mein Ding gemacht, einfach, was ich wirklich wollte an diesem Tag. Ich habe nicht irgendwie groß gearbeitet an dem Tag, ich habe gar, ich habe gar nichts gemacht. Und ich habe es nicht geforced. Du musst, also, ähm, erzwungen, don't, also ich habe mir hier als erstes Learning aufgeschrieben, you do not have to force it. Let it happen. Das Ding ist ganz oft, das beobachte ich gerade bei meinen Coachees, vor allen Dingen bei Leuten, die so mit der Materie hier mit manifestieren, etc., also bewusst manifestieren, wir manifestieren ja sowieso immer, aber mit dem Manifestieren anfangen, dass sie denken, jetzt bin ich in der Energie und jetzt muss ich aber auch noch was dafür tun. Und das Ding ist, dass das Einzige, was du tun musst, deinen Impulsen folgen ist. Das Einzige, was du tun musst, ist deinen Impulsen folgen. Und in dem Moment läuft's. Du musst das nicht erzwingen. Du musst, ne, das war ein Learning, das habe ich vor, äh, das war jetzt 2023 nochmal ganz arg mitgenommen, da war ich im VIP-Coaching. Ihr Lieben, das war nochmal ein ganz intensives Eins-zu-Eins, was ich damals gebucht hatte. Wenn ich in der Energie bin, muss ich es nicht noch erzwingen, dass ich das jetzt auch noch erzwungen getan habe, ne, manchmal ist das so, dann sehe ich das, jetzt bin ich in der Energie und jetzt mache ich aber auch nochmal, was XY-Guru-Marketing-XY-Blablabla sagt, damit das dann auch echt funktionieren kann, weil ich vertraue dem Universum nicht, dass es mir tausend Impulse oder sonst irgendwas liefert. Ich mache es dann lieber doch noch selbst und erzähle dann allen anderen, dass es die Energie war und das funktioniert nie. Und dann denkt man sich, oh, hat das doch nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, weil dieses Erzwingen nicht funktioniert. Du brauchst es nicht zu initiieren, du brauchst es nicht zu forcieren, es geht darum, dass du deine Impulse umsetzt und wenn du die umsetzt, hast du nicht das Gefühl zu arbeiten. Das ist ja was mit so Kreativprojekten, die ich ja so gerne mache, wisst ihr, sowas wie Soulcards oder sowas, das kommt mir einfach im Kopf geschossen und das dann aufzuschreiben, die Dinge dazu zu machen, die Sachen dafür umzusetzen, das geht dann so von der Hand weg. Und um die Dinge geht es und dafür darf man ganz feines Gespür entwickeln, weil dieses Gespür entwickeln dafür, diese Impulse wahrzunehmen und dafür loszugehen, da steckt so viel Magie drin. Und ganz oft ist das relativ weit runtergedämmt, wenn wir uns, wenn wir ganz lange nicht unserem Herzensweg gefolgt sind oder das Gefühl haben, dass der Herzensweg, ja, dass wir den schon fast gar nicht mehr sehen können, weil wir einfach nur immer dem Kopf gefolgt sind. Also Learning Nummer 1, you do not have to force it. Lass es passieren. Universum manifestieren ist auch ganz viel einfach mal passieren lassen. Lass das doch einfach mal passieren. Glaub da dran und lass es passieren, ohne dass du in Panik gerätst, dass es jetzt nicht kommt. Weil ganz ehrlich, ich meine, es war Sonntagabend, ich hatte immer noch nicht diese Tüte und ich brauchte die aber ja Montagmorgen, damit ich diese Teile noch zurückgeben konnte. Und ich habe es aber nicht vor sich, weil ich wusste, irgendwie wird diese Tüte und eine Möglichkeit sich auftun. Das wird schon klappen. Let it happen. Und ich bin ja auch nicht in irgendeinen Laden gegangen und habe jetzt gefragt, oh, können Sie mir mal so eine etwas größere Tüte geben oder bin in irgendeinen Laden gegangen und habe gesagt, ich gehe hier jetzt shoppen, nur damit ich eine Tüte habe oder sowas, weil ich dachte, wozu, warum soll ich mir jetzt irgendwas kaufen, was ich gar nicht brauche, nur wegen der Tüte. Es wird sich bestimmt schon irgendwie eine auftun, auch die in der Größe, weil es waren ein paar größere Teile dabei, die ich da ja nochmal wieder zurückgegeben habe. Zweite Sache, be relaxed and thankful. Wisst ihr, was mir in diesem Uber, also wirklich, das war so ein in your face Moment in diesem Uber. Ich weiß, ihr Lieben, wenn man es sich anhört, es klingt so trivial mit dieser weißen Tüte, es war so, das war so krass für mich, dass die Uber dachte, fuck man, da ist die Tüte. Und es war, woran ich dann auch gedacht habe, ist, ich war so relaxed und voller Dankbarkeit. Dieses da mit Joshua Caddison auf den Ohren, da am Sunset Boulevard laufen, entspannt mit einem Käffchen in der Hand, das ist ja, das ist, also wenn ihr, wenn ihr mal eine Dokumentation über Mareike Bruns drehen wollt, ne, dann lasst irgendjemanden irgendwo spazieren mit einem Kaffee in der Hand, das bin ich, ja, also und den Kopfhörern auf und ich habe Musik gehört und es war schön und ich war relaxed und ich war so beseelt von diesem Moment, das wurde mir dann auch nochmal bewusst, als ich voller Dankbarkeit gegeben habe. Wirklich, ich habe das ja mit so einer Herzenslose, ich wollte ja unbedingt dieses Sandwich, was ich da bestellt habe für 20 Dollar, ich wollte es nicht wegschmeißen, weil ich dachte, das kriege ich, das bringe ich nicht übers Herz, nur weil mir das jetzt nicht schmeckt. Und ich habe das dann mitgeschlört bis nach Santa Monica und habe dem das in die Hand gedrückt und er sagte, that's so kind of you, ma'am, God bless you und ich war so beseelt davon, also wirklich den ganzen Tag, das hat mich so berührt, das hat mich so berührt und ich war voll in diesem Geben, ohne irgendwas dafür zu erwarten und war relaxed und in dem Moment kommt es einfach easy, weil ich einem Impuls gefolgt bin, Mensch, eine Waffel ist es jetzt und dann kriege ich, wer denkt denn, dass man jetzt, wenn man eine Waffel bestellt, also ich denke es mit meinem deutschen Sein jedenfalls nicht, dass ich jetzt bei einer Waffel eine riesenweiße Tüte kriege mit einem riesen Karton, wo eine Waffel drin ist. Also wer, da konnte man ja gar nicht, da hat man nicht rechnen. Und ich bin einfach dem Impuls gefolgt, oh, ich möchte jetzt eine Waffel, geh da rein, Boomster ist die Tüte. Also ich war relaxed und extrem dankbar und deshalb habe ich euch die Sache, also wirklich sehr, sehr beseelt an dem Tag, deswegen habe ich euch die Sache mit dem Obdachlosen jetzt noch mit dazugegeben. Das hat sehr viel mit mir gemacht an diesem Tag, sowieso die ganze Energie da in L.A. hat sehr viel mit mir gemacht. Die dritte Sache, die ich euch mitgeben möchte, ist The How is not your business. Das ist das, was ich gerade auch versucht habe, euch klarzumachen mit dieser Geschichte. Wer denkt jetzt, dass man in einem Waffelladen so eine Tüte bekommt, die perfekt ist, um die Klamotten da reinzutun? Weil die war wirklich, das hat so perfekt, also auf die Klamotte genau gepasst. Misch dich nicht ins Wie ein. Das, was dein Job ist, ist zu wissen, was du willst und dich entsprechend auszurichten. Weil ich hatte ja schon im Kopf, also die Tüte, die brauche ich jetzt schon. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ohne diese Tüte diese Klamotten da zurückbringen kann. Das brauche ich jetzt schon. Also da ist jetzt, das ist jetzt nicht so, dass das mir jetzt gerade in diesem Moment unwichtig war, sondern die will ich jetzt schon haben. Das ist bei mir über das Geld manifestieren genau das Gleiche. Ich will das, ich möchte das jetzt, also ich will das und ich brauche das und meine Wünsche, weil es das wert ist und ich mache das jetzt. Also ich habe schon den Urge dahinter und gleichzeitig aber eben diesen Glauben, diesen absoluten Glauben und das passiert jetzt. Und ich bin in freudiger und neugieriger Erwartungshaltung, dass es sich ganz schnell jetzt ein, dass es ganz schnell kommt und dass sich das jetzt ganz schnell zeigt. Und in dieser freudigen Erwartungshaltung bin ich im tiefsten Vertrauen, selbst wenn sich das nicht so zeigt, wie ich mir das mit meinem begrenzten Verstand vorgestellt habe, dass es sich sowieso zeigt und dass sich das eh verändern wird. Aber wie das kommt, da hat das Universum so viel mehr Wege in petto, als wir uns vorstellen können. Deswegen sollten wir uns in dieses Wie nicht einmischen. Wie oft habe ich das schon bei Coaches gesehen, die sich was manifestieren wollten und sich ins Wie eingemischt haben und dann ist das irgendwie nur Murks und eine verkrampfte Veranstaltung geworden. Lass es passieren. Und geh mal so richtig bewusst durch den Alltag, komm in präsenten Moment, komm mit den Gedanken weg von da und von da und dann muss ich hier noch wieder rein und da noch wieder rein und den Call machen und das noch machen. Komm hier an, hier ins Jetzt. Komm ins Jetzt und konzentrier dich da drauf, wie sich das anfühlt, als wäre es schon passiert. Konzentrier dich da drauf, so als wäre es schon passiert. Das ist ein Satz, den ich ganz oft in Coachings sage, ist eh schon bezahlt. Wie will ich es haben, ist eh schon bezahlt. Egal, was sie machen, wird es eh schon bezahlt. Das war das auch mit meiner Los Angeles Reise, ihr Lieben. Ich bin, was bin ich denn geflogen? Ich bin Premium, nee, doch Premium Economy hin und Business Klasse wieder zurück geflogen. Ich bin, das hat sich so am allerbesten angeboten, damals bei den Buchen. Das fand ich, das war auch genau perfekt so. Ich habe jetzt auch nicht in dem, also ich habe in Hollywood direkt in dem Hotel gewohnt, so die Kategorie Hotel. Ich war, ich habe dieses Business Coaching gemacht, ich habe da, ach Quatsch, das Style Coaching gemacht. Ich habe mir dann noch da entsprechend Klamotten mitgenommen. Ihr habt es alle bei mir auf Insta gesehen etc. Und ich wusste, dass ich das alles genau so wollte. Und dann habe ich mir immer gesagt, and it's already done. Und es hat funktioniert, ihr Lieben. Und über Wege, die ich mir hätte nicht vorstellen können. Und es ist der Glaube, der das möglich gemacht hat. Das ist auch noch unser vierter Punkt. Aber jetzt der dritte, the how is not your business. Also die Wege und wie das kam, ich hätte es mir nicht erdenken können. Und dass jetzt meine perfekte Tüte in einem Laden kommt mit einer Waffel, wo ich mir einfach nur schnell was reinziehen wollte, weil ich einfach Hunger hatte. Und jetzt kommt es mir bitte nicht mit, dass vielleicht Waffel da nicht der perfekte Snack ist. Weiß ich, ist mir wurscht, war dann so. Peng. Ich hätte es so nicht ahnen können. Und das war für mich, das war, ich saß in diesem Uber und diese ganze Learning, das kam mir alles irgendwie so in den Kopf. Und the how is not your business. Nur wie und komm in den präsenten Moment. Lass dich auch nicht so viel ablenken. Nicht so viel durch Social Media oder das oder was. Bleib bei dir im präsenten Moment. Learning Nummer vier, was ich gerade schon sagte, Faith. Der Glaube ist ein wesentliches Element, um solche Geschichten möglich zu machen. Egal in welcher Größenordnung. Egal um was es geht. Und damit diese Geschichte hat ja meinen Glauben unglaublich gestärkt. Und danach echt, ich habe da wieder eine Tür aufgemacht. Bums, habe ich, also habe ich dann nach, ich habe dann, ich glaube, zwei, drei Tage später, nach dem Urlaub war es, da habe ich mir schon das gesamte, das gesamte Coaching plus Klamotten hatte ich dann schon wieder eingenommen. Und noch, sogar noch mehr. Sogar noch mehr. Ich überlegte gerade, aber sogar noch mehr. Oder? Egal. Also Coaching und Stil, Stilcoaching und Klamotten, so um den Dreh. Es war dann schon alles wieder drin. Und der Rest zeigt sich jetzt gerade genauso. Das heißt, ich habe im Grunde genommen, ich habe alles wieder, alles, was ich in Los Angeles in mich investiert habe, in mein Wohlergehen, in mein Fun, in mein Leben, in mein Business, in mich. Es ist schon alles wieder zurückgeflossen und man, ich falte ich mehr. Es ist, es ist Wahnsinn. Und dieser Glaube ist es, der diese Dinge dann möglich macht. Ich höre das dann auch oft, ich sage, Mareike, und dann habe ich vertraut. Und dann habe ich das investiert in das Coaching und dann kam das aber trotzdem nicht. Sprich da echt Glaube aus dir? Oder sprich da ein, ich will erst mal testen, ob es funktioniert. Und eigentlich dachte ich, ich hätte geglaubt, aber irgendwie doch nicht. Wahrer Glaube stellt solche Fragen überhaupt nicht. Wahrer Glaube weiß. Faith knows. Wahrer Glaube weiß, was wirklich ist. Nimm mal bitte etwas, woran du felsenfest glaubst und wovon du felsenfest überzeugt bist. Wenn da mal irgendeine Sache von diesem Aspekt, der dir jetzt vielleicht gerade eingefallen ist, mal nicht ganz sofort so geklappt hat, wie es ist, lässt du dich deswegen vom Glauben erschüttern? Also nehmen wir mal an, du bist, du hast jetzt was bei Amazon bestellt und du bist Prime-Kunde bei Amazon und das soll den nächsten Tag kommen. Und das hast du jetzt schon 75.000 Mal bei Amazon bestellt. Du hast schon 75.000 Mal die Erfahrung gemacht, dass Prime wirklich bedeutet, dass du das an dem Tag dann auch bekommst. Oder am nächsten Tag, je nachdem. Und Punkt. So. Und jetzt ist das mal einmal so, dass das nicht an dem Tag kommt, weil der Lieferfahrer, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat das verpennt oder was weiß ich. Kann ja alles mal passieren, ne? Ist deswegen, dann würdest du doch niemals sagen, ich habe Amazon Prime, aber das funktioniert überhaupt nicht. Sondern dann würdest du sagen, ach so, ja mein Gott, passiert Ding. Oder was auch immer. Also, was ich damit sagen möchte ist, Glaube stellt niemals zu Fragen, wie siehst du, das funktioniert doch nicht. Siehst das ist doch alles nur Schmarrn. Glaube weiß. Wenn du an etwas wirklich zu 100% glaubst, dann weißt du, dass es sowieso passiert. Auf welche Art und Weise auch immer. Und dann kommt der Amazon-Mann einen Tag später und es war der perfekte Zeitpunkt, dass es einen Tag später kam, weil sich dadurch wieder tausend andere Dinge manifestieren konnten, weil göttliches Timing sowieso immer göttlich perfekt ist. Glaube weiß. Und so wusste ich auch, dass ich meine Klamotten wieder zurückbringen kann, die zwei, drei Teile und dass diese Tüte, die ich dafür brauchte, oder welches Transportmittel auch immer, sich dafür zeigen wird. Glaube weiß. Faith knows. Und es geht auch beim Glauben, ihr Lieben, und beim Thema Vertrauen nicht darum, dass man blindlings jetzt einfach irgendwas macht und sagt, hoch, das Universum, das wird schon liefern. Das habe ich jetzt bei der Mareike im Podcast gehört. Ja, ja. Und dann im Hinterstübchen aber das Gefühl hat, nee, das funktioniert irgendwie doch nicht. Das ich möchte dafür, und das ist jetzt Punkt 5, der mir auch schlagartig bewusst geworden ist in dieser Uber-Fahrt, dass du dich dafür beobachtest. Learning Nummer 5, beobachte dich. Glaubst du das wirklich? Bist du felsenfest davon überzeugt? Und das ist eine Entscheidung, ne? Also ich kann entweder, ich glaube oder ich glaube an etwas nicht. Das ist wie, ne, man kann auch nicht sagen, ich bin so ein bisschen schwanger. Entweder man ist schwanger oder man ist eben nicht schwanger. Und es gibt unterschiedliche Stadien der Schwangerschaft, sage ich dann immer, wenn ich das so mit diesem Beispiel erkläre, denn man kann im ersten oder im neunten Monat schwanger sein, aber entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. So und so ist das mit dem Glauben auch. Entweder du glaubst es oder du glaubst es nicht. Den Glauben kannst du stärken. Du kannst im ersten Monat schwanger sein mit deinem Glauben oder am neunten. Aber es beginnt damit zu entscheiden, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass ich mit meinem Business durchstarte und dass ich das geilste Business der Welt habe und dass ich damit sechsstellig bin oder siebenstellig oder was auch immer du damit gerade vorhast, wenn du hier zuhörst. Ich glaube zu 100% daran, dass es so ist. Und ich bleibe so lange. Ich bleibe so lange, bis es ist. Und nur weil mal ein Weg nicht funktioniert hat oder weil mal irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das gedacht hast, glaube ich trotzdem immer noch daran, dass ich in der Lage bin, so ein Business zu führen. Und ich folge jedem Impuls. Ich bleibe nicht stumpf und stur an irgendwas hängen oder sonst irgendwas, sondern ich folge den Impuls und gehe den nach und bleibe so lange in diesem Business, bis es ist. Und wenn ich was verändern muss, cool. Oder wenn ich was intensivieren muss, cool. Oder wenn ich was nachlassen muss, cool. Ich lerne mit jedem Mal dazu und bleibe so lange, bis es ist. Das ist Glaube. Und dann fang an, dich zu beobachten aus diesem präsenten Moment in deinem jetzigen Sein. Was denke ich gerade? Und was denke ich? Was denke ich underneath the surface? Es geht nicht darum, was jetzt hier mal gerade irgendwie, ne? Ach Mensch, morgen kommt ja die Lütte eher von der Schule. Da will ich mal Milchreis machen, weil das jetzt irgendwie gerade dran. Es geht mir nicht um diese Gedanken. Es geht mir darum, was in deiner kleinsten Zehe unten links, was da abgeht, was du da, was, wisst ihr, was ich meine? Oder mit diesem Beispiel jetzt gerade meinst du dieses, was tief in dir drin liegt. Was glaubst du da? Und was ist, wenn du heute die Entscheidung triffst, es gibt nichts mehr noch an mir zu schrauben, an mir zu arbeiten, an mir zu tun, an mir zu überlegen, an mir zu machen, an mir zu rumdoktern, sondern ich bin ein unendliches Wesen, unendliches Bewusstsein hier in einem Körper, in einer physischen Hülle, das jetzt eine physische Erfahrung hier auf dieser Welt macht. Und da gibt es nichts, was dagegen spricht. Dieses Business, dieses Family Leben, diesen Job, diesen, was auch immer es bei dir ist, genau das jetzt zu manifestieren. Es spricht nichts dagegen und ich entscheide mich jetzt dafür mit einer kraftvollen Entscheidung, dass ich genau dieses Leben kreieren werde, no matter what. Und ich bleibe so lange, bis es ist. Und ich brauche das Ding nicht zu erzwingen und ich brauche das nicht irgendwie zu initiieren und ich muss auch niemandem was irgendwie fucking beweisen, sondern ich bin einfach und so wie ich bin, bin ich eine geile Sau und ich fange jetzt an, dieses Business zu manifestieren. Amen. Beobachte dich. Denn das ist, das ist, das ist unsere, das ist hier unsere, unsere, wir sind Freude, unsere, ja, ich mag jetzt das Wort Bestimmung in dem Zusammenhang, ne, da bei mir fällt irgendwie grad nichts anderes ein als Wort. So, das ist so, darum sind wir hier, wir sind pure Freude und Joy, die sich, die sich, die Expression sucht, die sich hier erfahren möchte. Und dann gibt's da nichts mehr dran zu schrauben und ich muss noch erst dies und ich muss noch erst das und ich muss noch erst 75.000 Millionen Kurse machen und ich muss noch eher blablabla. Sondern jetzt, jetzt ist alles dafür ready und beginne diesen Glauben zu stärken, weil du hast im Grunde genommen die Entscheidung des Glaubens schon getroffen, sonst würdest du heute gar nicht hier in diese Podcast-Folge reinhören. Wenn du sagst, das ist eh alles schmuh und es funktioniert eh alles nicht, dann würdest du doch gar nicht diese Podcast-Folge einschalten. Jetzt lade ich dich ein von Schwangerschaftswoche eins hin zur Schwangerschaftsmonat neun zu wandern mit deinem Glauben. Denn dann kommt die Geburt natürlich auch relativ zügig mit deinem, äh, mit deiner Manifestation ohne. Und das ist jetzt ein schönes Bild, fällt mir gerade ein, weil eine Geburt, das macht der Körper ja auch automatisch, so im Regelfall. Jetzt kommt's mir da, also kommt's mir jetzt nicht mit irgendwelchen Geschichtchen um die Ecke und wo das mal nicht so einfach war und blablabla, gibt's immer. Ja, aber, weil, die ist so grundsätzlich von der Natur gedacht, ja. So, deswegen mal jetzt so als plakatives Beispiel, das macht ja, das macht der Körper ja auch automatisch. Da machst du ja auch nicht. So, jetzt wollen wir aber eine Geburt. Also, was muss ich jetzt machen? Step 1, 2, 3, 4, 5, das macht kein Schwein, sondern da wartet man einfach ab. Also, ich hab zwar keine Kinder, aber zu hören sagen, ja, bis die erste Wehe kommt und dann geht er los. Das initiierst du auch nicht, das lässt du passieren. Und du bleibst in der Schwangerschaft auch so lange, bis es ist. Und egal, was sich zeigt während deiner Manifestation, wenn mal irgendwas geht, wenn mal irgendwas kommt, wenn irgendwas anderes sich zeigt, du bleibst neutral und beobachtest dich. Beobachte mal, was so passiert. Aha, interesting. Aha, spannend. Aha, auch cool. Okay, nehm ich einfach mal und nehm es an, anstatt dagegen zu kämpfen und zu sagen, oh, es hat wieder nicht funktioniert, sondern, hm, vielleicht kommt jetzt hier einfach nochmal irgendwas anderes. Beobachte dich und triff Entscheidungen, kraftvolle Entscheidungen und dann auch Folgeentscheidungen, die aligned sind mit dem, was du wirklich willst. Und wenn du mal Risiken eingehst oder sonst irgendetwas tust, ich bin ja eh mal, das habe ich schon oft gesagt im Podcast, ein großer Fan von kalkuliertem Risiko, ne. Denk darüber nach, guck was cool ist, guck was, was du geil findest. Aber ihr Lieben, es geht einfach darum, diesen, diesen, diesen unerschütterlichen Glauben da dran zu haben. Weil wenn ich irgendwas mache, woran ich sowieso nicht glaube oder wo ich eh nicht dran denke oder sonst irgendwas, dann wird das nicht funktionieren. Also es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt leichtsinnig durch die Gegend geht und sagt, hoch, ich mache das mal so und hoch, ich mache das dies, sondern beobachte dich. Was macht dieses Invest mit mir? Was macht das mit mir? Was macht ein Investment meiner Zeit damit? Was macht ein Investment meines, ähm, meines, äh, meiner Energie dahin? Was, was macht das mit mir? Und das, was sich gut anfühlt und wo du denkst, ja, das ist jetzt genau das Richtige, das mach. Das mach. Weil es gerade für dich da, wo du stehst, richtig ist. Es ist auch so, dass wir diese, ne, Schritte, die wir gehen müssen, müssen wir gehen. Da können wir nicht drum rum. Das heißt, jeder Schritt, der du gehen darfst, der wird kommen und dann geh da durch. Beobachte dich und wenn irgendein Zweifel oder irgendwas anderes aufkommt, guck ihn dir an und räum ihn dann aus dem Weg und mach das konsequent. Renn nicht weg, guck dir in dem Moment bitte keine Katzen-Videos bei Instagram an, sondern bleib da und guck es dir an. Geh durch und dahinter wartet wieder die neue Freiheit auf dich. And it comes. Faith knows. Ihr Lieben, und das alles anhand einer kleinen Papiertüte. Es war für mich, es war, es war für mich ein In-Your-Face-Erlebnis, ihr Lieben. Es war, ich sitze in diesem Auto und es läuft mir wirklich kalt den Rücken runter, in Anführungszeichen, aber vor Freude und Begeisterung, wo ich dachte, das ist so krass. Es ist so krass, was ich heute erlebt habe. Es ist einfach irre. Ihr Lieben, ich fasse euch nochmal die fünf Learnings zusammen. Erstes Learning, you don't have to force it, also du musst es nicht erzwingen. Zweitens, sei relaxed und voller Dankbarkeit. Drittens, das How ist, oder das Wie ist nicht dein Business, How is not your Business. Viertens, glaube. Und fünftens, beobachte dich. Was prabbelt da die ganze Zeit mein Verstand? Was darf ich auch mal loslassen? Wo darf ich auch mal durch diesen Zweifel durchgehen? Wo darf ich mir das mal neutral angucken? Und bleib dabei entspannt, weil es gibt nichts an dir zu schrauben oder sonst irgendwas. Es geht nur noch mehr darum, zu erkennen, wer du bist in Wahrheit und endliches Bewusstsein hier in einem Körper. Okay. Ihr Lieben, lasst mich gerne wissen, ob diese Podcast-Folge mit euch in Resonanz gegangen ist, was ihr an Learnings mitgenommen habt. Ich bin super gespannt, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr mal Lust, auf Insta oder so mir zu schreiben. 1.11. 11 Uhr, mein Signature-Programm, Adventskalender 2024 geht online. Money Mindset, es geht wie immer um Fülle-Kreation im Dezember. Es geht um, nicht nur im Dezember, aber er findet im Norddezember statt. Das muss man so sagen, was Adventskalender so an sich haben. Es ist ein Thema zum Dahinschmelzen, ihr Lieben. Und achtet auf eure nächste kleine Manifestation und schaut mal, was die für eine Power bereithält. Wir haben hierüber jetzt eine Dreiviertelstunde gesprochen und da ist sehr viel Magie und sehr viel Glaube drin. Und ich wünsche dir jetzt mit diesen Learnings und dieser Podcast-Folge einen ganz wundervollen Tag. Danke, dass du zugehört hast und mir bleibt wie jedem Ende einer Podcast-Folge nur noch zu sagen, dickes Bussi, hier aus München. Bis nächste Woche. Servus. Du Liebe, das war die aktuellste Folge im Money, Business & The Universe Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf dich nächste Woche, wenn es eine neue Episode gibt hier im Podcast. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann findest du alle Links mit Kontaktdaten und wichtigen Informationen hier in den Show Notes. Mir bleibt jetzt wie am Ende einer jeden Podcast-Folge nur noch zu sagen, egal an welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran und ich wünsche dir unendlich viel Erfolg dabei. Alles Liebe zu dir, deine Mareike.